Okay, A6, B6, so, da unten steht es nochmal, hier ist es sozialisch, A6 kann man machen, C3 weiß ich nicht, okay, so, was haben wir denn da jetzt, D6, ein bisschen schwach, oder? Ah, könnt ihr auch D5 machen, oder? Entwicklung, die Frage ist, was hat er jetzt, Springer D7, okay, ich bin gleich weg, so, die sind eigentlich gut entwickelt, da kann noch einer rein, der Schach nützt ihm nichts, muss man sagen, das ist alles gut entwickelt, Hauptkampf beginnt noch, konnte ich den machen, da muss ich vorstoßen, Okay, hier ist es, bin ich erstmal weg, und tschüss. Springer gegen Springer ist eigentlich so mein Standardspruch. Okay. Okay. So, ein, ein, ein. ist jetzt nicht nicht verlieren 1 2 1 2 ok da war gleich kein Feld mehr ist der H5 spielen oder? Echt? einen kriege ich wieder oder? was ist denn mit? A5 erstmal da rein 6 finde ich schon mal nicht gut so schnell? ok dann nicht Dankeschön das ging aber schnell das ging aber schnell 2 2 2 1 2 2 2